Also auf dem ersten Bildschirm hier werden auf jeden Fall schon mal Küken geschreddert. Das ist die Frage, ob sie es schaffen, ohne dass sie von der Polizei gecashed werden. Diesmal wird es ein bisschen provokanter. Die Polizei ist befugt und wird es auch möglicherweise mit Zwang durchsetzen. Globo und Globo. Das Klischee des Veganers ist ja, dass er missionieren will und keine Gelegenheit auslässt, den Fleischesser zu konvertieren. Meine Erfahrung ist eher, dass in meinem Umfeld die Veganerinnen und Vegetarier sich ständig dafür rechtfertigen müssen, dass sie einfach nur kein Fleisch essen wollen. Aber es gibt sie natürlich, Veganer und Tierrechtsaktivistinnen, die überzeugen wollen. Und das kann man ja grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten machen. Entweder man zwingt die Menschen konfrontativ, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder man macht Informationsangebote und hofft, dass die Menschen kommen und einem zuhören. Ich frage mich, was ist besser? Und deshalb begleite ich in diesem Film verschiedene Aktionen. Die erste Aktion, die wir begleiten, ist von Anonymous for the Voiceless. Das wird, glaube ich, so eine Art Informationsveranstaltung. Und danach wollen wir versuchen, bei etwas dabei zu sein, wo es ein bisschen mehr auf die Fresse geht. Da ist sie. Guck mal, das da hinten, siehst du die? Das ist Katharina. Die organisiert das hier und die erklärt das, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen, wie das hier abläuft. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Cube of Truth hier in Köln. Wir werden jetzt anfangen. Also, so wie ich das verstanden habe, stellen die sich jetzt hier erstmal im Viereck, das ist ja ein Cube, auf und zeigen auf dem Bildschirm Schlachtbedingungen, Haltungsbedingungen von Tieren und wollen damit halt so ein bisschen darauf aufmerksam machen, wie das hinter den Kulissen der Fleischindustrie aussieht. Also, auf dem ersten Bildschirm hier werden auf jeden Fall schon mal Küken geschreddert und das ist nicht schön anzusehen. Katharina, da würde ich direkt mal ganz kurz rausgreifen. Ihr habt ja jetzt echt lange irgendwie daran rumjustiert. Das ist schon auch wichtig, dass das perfekt aussehen. Es muss perfekt aussehen. Wir Wunder haben damals überlegt, was könnte die allereffektivste Form des Tierrechtsaktivismus sein, des Straßenaktivismus. Das heißt, man hat sich überlegt, wir zeigen diese Videos und wir konfrontieren die Öffentlichkeit damit. Und dennoch haben wir eine freiwillige Basis, das heißt, die Menschen können es sich angucken, wenn sie möchten, sie können aber auch weitergehen. Also wir haben jetzt ja jetzt so ein bisschen beobachtet, quasi, das Geschehen. Und ich finde es auf jeden Fall spannend, dass ich irgendwie niemanden sehe, der da dran vorbeigeht, auf die Bilder guckt und so völlig unberührt davon ist. Aber die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Manche Leute merkst du so, okay, die wollen das direkt wieder ausblenden. Also die sehen so, ach du Scheiße, aber wollen sich damit nicht beschäftigen. Aber voll viele bleiben ja echt stehen. Es entstehen auch echt viele spannende Gespräche. Das stimmt, ja. Wenn die Leute stehen bleiben und sich die Sachen anschauen, also sich das Bildmaterial, die Undercover-Aufnahmen anschauen, suchen die Menschen in den meisten Fällen das Gespräch mit uns. Und warum hast du, also du machst ja jetzt diese Form, warum hast du dich genau dafür entschieden? Weil ich mein Talent eben in der Argumentation sehe und man merkt, man spürt bei dieser Aktivismusform, wie sich dieser Gedanke durchsetzt. Der Gedanke der Ungerechtigkeit und dass man dagegen selber agieren kann. Wir haben heute sage und schreibe mindestens 147 Menschen erreicht. Das ist gerade gesagt, 147 positive Gespräche, ist das ein Erfolg oder normal? Nur wenn der Passant sagt, ich möchte zu Hause mal den Veganismus ausprobieren, ich möchte nicht so weiter leben, dann zählen wir das. Und 147 ist echt schon eine super Zahl. Ja, dann Glückwunsch oder so. Dankeschön. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir wollen ja noch andere Formen des Aktivismus begleiten. Dann werden wir mal gucken, wie effektiv die sind oder wie die sich auswirken. Go vegan! Go vegan! Go vegan! Go vegan! Go vegan! Die Aktion von Anonymous for the Voiceless war ja angemeldet, komplett legal und ja auch ziemlich zurückhaltend und vermittelnd gestaltet. Als nächstes will ich mir was angucken, wo es konfrontativer und ein bisschen krasser wird. Und darauf habe ich jetzt fast vier Monate gewartet. In zwei Tagen ist ein internationaler Aktionstag für Tierrechte und deshalb bereitet die Gruppe Direct Action Everywhere hier in Köln eine ziemlich krasse Aktion vor und wir sind dabei. Hallo! Hi, Ben! Hi, Ella! Einmal hier, nicht schlecht. So innen in die Küche wahrscheinlich, ne? Da sind auch schon beide Partner im Crime. Hallo! Hi! Hi! Hi, ist mit Ben? Hi! Hi, Katharina! Katharina, okay. Du bist auch unsere Ansprechpartnerin jetzt für die Aktion. Alles klar, cool. Dann schauen wir euch einfach mal ein bisschen über die Schulter. Ja, okay. Ich pepfe, irgendwie erst mal. Ja, das muss halt noch auskochen. Kann ich euch irgendwie helfen? Man lernt aus seinen Fehler. Der eine oder andere kann vielleicht schon erahnen, was jetzt hier passiert, aber ich frage jetzt mal ganz dumm, ihr kocht jetzt nicht für die Aktion, sondern, also ihr kocht schon für die Aktion, aber was kocht ihr denn? Wir kochen jetzt hier gerade Kunstblut zusammen und haben das vor, in der Stadt an einem Ort, an dem ganz viele Menschen sind, zu verschütten. Und das Blut, was sonst immer vergessen wird, einfach mal transparent zu machen, in Form von 150 Litern. Schlachthöfe sind ja auch immer schön weit weg von der Stadtmitte und wir kriegen eigentlich so von dem Ganzen nichts mit. Und die Aktion ist bestimmt ein bisschen krass. Ich glaube, sowas gab es bisher noch nie in Köln. Also ihr wollt damit schon auch quasi ein bisschen provozieren? Wir wollen auf jeden Fall auch provozieren damit, weil wir einfach finden, dass es jetzt einfach mal krasse Maßnahmen gibt, um Gesetz zu schreiben. Was ist denn, was fordert ihr denn? Wir wollen mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass wir Elementarrechte für alle empfindsamen Lebewesen hinbekommen. Wir wollen die Menschen komplett darauf zentrieren, dass sie jetzt halt nicht mehr wegschauen können. Und daher halt diese krass Aktion. Wie illegal ist die Aktion? Also angemeldet wird das ja wahrscheinlich nicht sein. Nein, ist nicht angemeldet. Ist eine Grauzone, also das Versammlungsrecht ist ein Recht, was eigentlich sehr ausgeweitet werden darf. Also wir haben uns informiert, dass es nicht zur Verhaftung oder sowas kommen wird. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Wenn wir das umführen, sollen wir da jetzt auch Folie? Ich würde sagen, wir kippen das dann da rein und dann machen wir die sauber und dann tragen wir die rüber und tun die dann da auf die Platte. Und dann eine Hälfte durchschneiden und dann da drüben? Okay. Ja. Was glaubt ihr, woran kann das Ganze jetzt noch scheitern? Eigentlich kann wirklich nichts daran schief gehen, außer das Auto springt morgen nicht an und wir können nicht zum Ort kommen, aber... Oder die Polizei ist schon mal da, wenn wir ankommen, die halten uns dann direkt auf. Aber ansonsten, wir wollen ja auch, dass Polizei kommt und dass es halt jetzt nicht unbedingt eine große Auseinandersetzung kommt, aber wir wollen ja schon, dass es auffällt. Aber da hoffen wir halt, dass wir so gut mit dem Momentum spielen können, dass es halt ankommen, ausschütten. Ups. Ja, ich würde sagen, wir lassen euch dann jetzt auch mal ein bisschen machen und wir sehen uns Sonntagmorgen vor der Aktion, treffen uns quasi... Wir treffen uns dann hier und dann fahren wir mit den Eimern dahin. Genau. Alles klar. Ist nur was oben. Ach, perfekt. Okay. Vor uns in dem Auto sind jetzt die Eimer. Heute ist der Aktionstag und wir fahren jetzt dahin, wo die Aktion stattfinden wird. Wir wissen ehrlich gesagt nicht genau, wo das ist und auch nicht, was da ganz konkret passieren wird. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es richtig schnell gehen wird, wenn wir dann da ankommen. Okay, wir sind jetzt hier kurz vorm Dom. Hier scheint die Aktion stattzufinden. Die Aktivisten überlegen jetzt gerade, ob sie näher ranfahren oder von hier die Eimer tragen, weil direkt vor dem Ort, wo sie das machen wollen, wohl die Polizei stellt. Jetzt kommen die entscheidenden letzten 150 Meter. Also die Eimer müssen nur noch von hier bis nach da hinten. Und dann ist die Frage, ob sie es schaffen, ohne dass sie von der Polizei gecashed werden. Jetzt ist quasi der entscheidende Moment. Da kommt jetzt eine ganze Meute. Ich glaube, der Polizist hat ihn unten geworfen. Mal, guck mal, guck mal hier hin. Ich glaube, der Polizist versucht gerade ziemlich verzweifelt aufzuhalten, was jetzt hier passiert. Also er weiß jetzt auch nicht so richtig, was da geschieht. Hallo, meine Damen und Herren. Egal, ob Sie Ihr Produkt im Supermarkt kaufen, beim Discounter oder bei Ihrem Fleischer um die Ecke. Blut hat immer die gleiche Farbe. Und deswegen sind die Aktivisten heute hier und fordern endlich und gültig Grundrechte für die Tiere. Sie haben es in der Hand. Was haltet Ihr von so einer Aktionsform? Also die haben ja jetzt hier auch so Kunstblut auf dem Boden gemacht. Ja, die machen auf jeden Fall gut auch nix am Preis. Von daher. Okay. Aber findet Ihr auch nicht schlimm, dass jetzt quasi die Domplatte geschmutzt ist? Ich finde es so gut, die Menschen da einfach ein bisschen wach zu machen. Sie sind jetzt hier vorbeigekommen und stehen geblieben. Was halten Sie von der Aktion hier? Also das ist eine gute Sache. Also wenn man jetzt nur Anzettel verteilt und vielleicht ein paar warme Worte dazu sagt, hat nicht so den durchdringenden Effekt wie sowas Spektakuläres. So, Marc, ich glaube die Aktion ist rum. Sehen wir um. Hier hinterher, ja. Ich komme auch gleich. Also ich habe jetzt gerade mal ganz kurz den Polizisten angesprochen, der ja gerade noch versucht hat, das irgendwie zu verhindern. Und der ist natürlich not amused. Aber es war jetzt im Prinzip auch schneller vorbei, als er da irgendwas machen konnte. Es ist gerade Verstärkung in zwei Mann gekommen. Aber jetzt sind die Aktivisten hier schon wieder über alle Berge. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sie hin sind. Ja, ich sehe den Mike da hinten. Eigentlich wollte ich Katharina gerade fragen, wie die Aktion gelaufen ist. Jetzt habe ich erfahren, dass es war erst die erste Aktion. Es gibt noch eine zweite Aktion. Jetzt rennen wir hier gerade einmal quer durch die Stadt. Gucken, was jetzt passiert. Ich bin völlig ahnungslos. Der Plan ist jetzt, dass wir gleich dieses kleine Stück besetzen werden. Diesmal wird es ein bisschen provokanter. Also wir warten auf die Polizei. Die Aktivisten wollen die Bahngleise hier blockieren und damit tatsächlich eine der Hauptverkehrsachsen für den Bahnverkehr in Köln lahmlegen. Das ist hier die Ost-Lest-Achse. Ja, jetzt ist der Bahnfahrer hat jetzt angehalten, der wird jetzt vermutlich in der Zentrale anrufen und sagen, hör mal, hier sitzen so Leute auf dem Übergang. Was machen wir jetzt? Ich glaube, da kommen schon die ersten verärgerten Fahrgäste. Das ist hier auch richtig schrecklich, oder? Carolina, sollen wir ganz kurz quatschen? Ihr nehmt dabei aber auch so ein bisschen in Kauf, dass jetzt sozusagen die Leute, die eigentlich irgendwie nach Hause fahren wollen oder sowas, dass die genervt sagen, boah. Genau, es ist tatsächlich ein Lockdown. Das ist halt extra so, man kann jetzt nicht weggucken und es betrifft auch Leute, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Du hast dich gerade so ein bisschen aufgeregt, habe ich hier so am Rande mitbekommen. Echt, was hältst du quasi von der Aktion und davon, dass du jetzt hier aufgehalten bist? Ich finde, das ist irgendwo der falsche Ansatz. Hier wird eine Bahn aufgehalten, hier wird der Zorn von ganz vielen Leuten auf sich gezogen. Ich habe auch meinen kleinen Hund dabei, so, ich finde, man muss schon ein bisschen auf die Tiere achten, aber die übertreiben es, finde ich. Ich finde es sehr schön, dass sie das machen, aber ich finde es nicht schön, mir eine Meinung aufzwingen zu lassen. Aber ansonsten, ansonsten finde ich es cool, dass sie es machen. Da liegen da eine weg. Au. Das ist herstlich. Achtung, Achtung, hier steht die Polizei. Das, was Sie hier machen, werden wir jetzt als nicht angemeldete Versammlung werden. Dadurch, dass Sie hier als Versammlung stehen, genießen Sie natürlich das Versammlungsrecht. Allerdings blockieren Sie die Gleise und begehen damit auch Straftaten. Dies ist jetzt die erste Auflösungsverfügung, dass Sie sich unter anderem auch hier von den Gleisen wegbewegen. Entsprechend handeln Sie jetzt. Die Aktivisten sollen die Schienen räumen und jetzt können Sie mal zeigen, was passiert. Nein, 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 nein. Sie haben keine Disziplin, und sie haben ihre eigenen Freude in Japan. Sie können weggezogen werden, sie können weggezogen werden, sie können weggezogen werden. Wir wissen nicht genau, was sie machen. Der Bezirksbürgermeister von der Stadt Rodenkirchen hier in Köln hat uns ein Angebot gemacht, und zwar genau das, was wir wollten, dass wir uns an einen Tisch setzen werden. Das heißt, unsere Forderung für diesen Gesetzentwurf tatsächlich besprechen werden. Allerdings haben wir jetzt von der Polizei gehört, dass das Ganze trotzdem aufgelöst wird, und die Leute, die auf den Schienen sitzen, rübergebracht werden, beziehungsweise entfernt werden und ihre Personalien abgeben müssen. Wir haben 13.44 Uhr, von allen Personen, die jetzt hier anwesend sind, werden jetzt die Personalien festgestellt. Wehren Sie sich nicht gegen die Maßnahme, die Polizei ist befugt, ja, und wird es auch möglicherweise mit Zwang durchsetzen. So, dann treten wir jetzt den ersten Polizisten ran. Die erste ist aufgestanden und mitgegangen. Kommen Sie mal bitte mit. Du bist jetzt auch quasi erkennungsdienstlich behandelt worden, wie man das, glaube ich, auf beamtendeutsch nennt. Wir haben uns jetzt in unserem Film ja auch so ein bisschen verschiedene Formen von Aktivismus angeguckt. Das Ding ist, das haben wir heute auch schon gemerkt, super viele Leute machen bei den verschiedenen Aktionsformen mit. Das ist ja auch nicht so eine Glaubensfrage, oder wie würdest du das sehen? Genau, also ich finde halt, dass es immer die Frage ist, welche Aktivismusform ist die beste? Die Antwort darauf ist natürlich, es gibt keine beste, sondern es ist alles wichtig. Hauptsache nicht nur ein Cupcake-Vegan sein, so gibt es ja den. Nur über das Essen reden, das haben wir jetzt genug. Es ist der Tag danach, wir sind wieder am Ort des Geschehens von gestern. Hier haben sie das Blut verschüttet und man sieht davon heute nichts mehr. Aber in der überregionalen Berichterstattung wurde über die Gleisbesetzung berichtet. Und das zeigt ja, dass man mit krassen Aktionen mehr Leute erreicht. Auf der anderen Seite haben wir auch erlebt, dass gestern echt Leute verärgert waren über die Aktion. Und so ein vermittelnder Ansatz wie bei der allerersten Aktion, der erreicht vielleicht eher einzelne, hat dafür aber weniger Reichweite. Ich glaube, am Ende geht es gar nicht darum, welcher Weg jetzt besser oder schlechter ist, sondern was man eigentlich erreichen will. Schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Weg ihr sinnvoller findet. Das Anmischen vom Kunstblut hat mich ganz schön an die Herstellung von Blutwurst erinnert. Das hat meine Kollegin Maike nämlich neu ausprobiert, könnt ihr euch da oben anschauen. Ja und wir sehen uns beim nächsten Mal.